Kampfsportfans Nach einer langen Niederlagenserie endlich wieder auf die Siegerstraße zurückgekommen ist Gago, nach einigen Laufungen, die du in der Vergangenheit hattest, jetzt endlich ein großer, großer Wunsch. Wie glücklich bist du? Der Kampf war sehr hart. Der Gegner war auch sehr stark. Und natürlich, für mich, um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht interessiert, ob ich gewinnen oder gewinnen werde. Ich möchte einen guten Kampf für meine Trainern zeigen, weil sie mich sehr schwer trainieren, für die Menschen, weil sie ein Ticket payen, um einen schönen Kampf zu sehen. Aber natürlich, ich bin glücklich, dass ich gewinnen, auch für meine Familie. Es ist auch ein guter Gefühl für mich. Ich bin glücklich, weil ich ein paar Laufungen habe. Dann fühlst du nicht so 100%. Und jetzt gewinnen, aber ich werde weitergehen. und ich werde weitergehen. Alles wird okay. Danke. Das klingt gut. Warst du sehr überraschend, dass Barakat dich mit ein paar Body-Shots Ich weiß, er trainiert mit einem formeren Boxing-Welt-Champion, Robert Stieglitz, in der Vergangenheit. In der Vergangenheit hat er viele Kicks gemacht. Er hat sie heute nicht gemacht. Er war sehr schwer auf seinem Boxing. Warst du sehr überraschend? Sie sagen, sie sagen, dass er ein Boxer ist. Sie sagen, dass er ein Boxer ist. dass du mit dem Boxer kämpfst? Sie sagen, dass du mit dem Boxer kämpfst? Das ist nicht so überraschend, weil ich ein Boxer also weiß ich es. Ich will mehr und mehr kicken, aber ich falle und viele Male schlafen. Ich konnte nicht alles tun, was ich wollte. Aber ich hoffe, es war ein tolles Spiel für die Menschen. Ich hoffe, dass sie es Spaß haben. Sie haben es definitiv gemacht. Es war ein sehr nahes Spiel. Was glaubst du dir das Ende des Endes gab? Was macht die scorecards? Was macht die in deinem Favorit? Ich weiß nicht, weil meine Trainer nach drei Runden sagen, dass man normalerweise mit den Punkten gewinnt. Aber ich bin ehrlich, wir sind in Deutschland und ich kämpfe mit den deutschen Mannen. Er hat ein bisschen vorhanden. Ich weiß nicht, ich denke, die Art der Kampf ist, die Jury hat viele Kombinationen, Kicks und Punchen. Wenn ich kämpfe, denke ich nicht, was ich getan habe. Ich muss es zurück damit ich kann sehen, was passiert. was passiert ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. glücklich ist, dass er glücklich ist. Aber er glücklich ist, dass er glücklich hat. Kannst du die Reaktion? das kann verstehen. Ich kann verstehen, weil er die kreise wird auf TV. Wenn die sind, wenn wenn die wie er gewinnen hat, wenn er hat, ist, wie glücklich ist, wenn du verlierst. Es geht um Respekt für andere Krieg. Wenn jemand nicht so hat, was kann ich tun? Es war ein pleasure in Deutschland. Ich wünsche Deutschland und hoffe, ich hoffe, dass ich wieder wiedersehen. Danke auch für gute Interviews. Was kann ich tun? Jetzt gehe ich wo nichts ist. dass